Ich kann mich leider nicht zu den Vorwürfen äußern, die aktuell über mich im Raum stehen. Ich bin nämlich im Gefängnis, sorry, aber jetzt ist hoffentlich die Kontroverse geklärt. Ich bin im Gefängnis, ich kann mich nicht äußern, alles gut. Ungefähr so hat Mois sich gerechtfertigt, als die Vorwürfe um ihn immer lauter wurden. Also er hat ernsthaft geglaubt, die beste Entschuldigung ist es zu sagen, dass er im Gefängnis sitzt. Schauen wir mal rein, was da so abgeht. Let's go. Ja, um ehrlich zu sein, fällt mir da langsam auch nichts mehr ein. Wahrscheinlich habt ihr die letzten Aktionen von Mois und seinem ominösen Management mitbekommen. In dem Video gucken wir uns einfach mal so die neuesten Entwicklungen an und was alles in letzter Zeit so passiert ist. Auch Jasnero und Mumudi haben dazu bereits Videos gemacht. Wenn ich nicht so faul wäre, dann würde ich sie natürlich verlinken. Fangen wir mal mit... Hat er sie verlinkt? Mal sehen, mal sehen. Mal sehen, wir wissen ja, Kuchen verlinkt wirklich immer, immer, immer wirklich sehr viel und an der Stelle auch mal wieder Quellenangabe. On point. Mit dem eventuellen Spendenbetrug an. Als das Erdbeben in der Türkei passiert ist, hat Mois direkt ein Video hochgeladen, dass er Spenden sammelt, um dann dahin zu fahren und dem Menschen zu helfen. Es kam zwar tatsächlich ein Video, wie er dort geholfen hat, allerdings gab es dann vor einiger Zeit ein Statement von Schieno, der mit in der Türkei gewesen ist. Und ich muss Uwo sagen, ähm, können wir Mois bitte wirklich ins Gefängnis stecken, Uwo? Bitte? Der hat die Vorwürfe erhoben, dass das meiste Geld, was Mois bekommen hat, er sich in seine eigene Tasche gesteckt hat. Und ab da beginnt der Mois Meltdown einfach komplett. Ich erspare euch hier das meiste, denn er hat hunderte Storys gepostet, er hat bei Instagram wirklich jeden beleidigt. Aber ein, zwei Nachrichten möchte ich euch natürlich zeigen. Einer hat zum Beispiel geschrieben, dass er doch eine Therapie machen soll. Und die Antwort war, eff doch dein Vater. Ja, der laut dem Kommentarschreiber leider verstorben ist, also sehr respektvoll. Und ja, das kann man halt nicht wissen, aber deswegen sollte man sowas nicht schreiben. Viel schlimmer ist allerdings auch, dass Mois die Mutter von Barisch beleidigt hat. Da weiß Mois auch, dass die Mutter leider bereits verstorben ist. Und sowas ist natürlich nicht zu entschuldigen. Also nicht, dass man sich mal irgendwie dafür entschuldigt hätte. Aber sowas ist einfach absolut ekelhaft. Und davon gab es halt noch dutzende Kommentare. Übrigens, die günstigsten PCs gibt es bei Hardware Rad. Link ganz oben in der Beschreibung. Ihr würdet mich unterstützen, wenn ihr einfach mal vorbeischauen würdet. So, aber die hat er jetzt wirklich verlinkt, oder? Ja, Tatsache. Kuchen hat es geschafft, was zu verlinken. Okay, ist auch ein Sponsoring, gibt keine andere Chance. Anschließend hat Mois dann hunderte weitere Storys gepostet mit Inhalten wie Dachtet ihr, ich fass euch Hunde mit Handanschuhen an? Wenn ihr so lange bellt und lügt, chillt doch. Wir haben Zeit. Bla, 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 Fitna, bla, 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 ich hol mir meinen Hack. Und so weiter. Die Sache mit den Spenden ist natürlich die ganze Zeit irgendwie offen geblieben. Mois hatte dann mehrmals angekündigt, dass ja bald das große Statement kommt, wo er alles offenlegen wird. Pruta, ich hab dir meine Schuhe gegeben. Pruta, alle haben gegessen an meine Tisch. Pruta. Ähm, was auch immer das für eine Anspielung war, es war bestimmt eine. Heute drauf. Und hier müssen wir ein bisschen ausholen, denn so ein halbes Statement hat es tatsächlich gegeben. Erstmal hatte er ja noch ein... Jetzt ist Twitch-Chat-Anal-Sie. 2000 Kanalpunkte. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Alle. In einer Auseinandersetzung mit Cheno. Und die beiden haben sich abgesprochen, gemeinsam in Hamburg das Ganze zu klären. Wahrscheinlich so hier. Ja, genau du grinst mich gefälligst nicht so frech an. Ich glaub, ich muss dir wohl Manieren beibringen. Hey, nimm lieber den Mund nicht so voll. Ich bin nämlich ein unglaublich gefürchteter, ähm, äh, Kickboxer. Sie wollten ein ruhiges Treffen haben, wo jeder seine Beweise mitbringt. Dann klärt man das und dann wäre alles gut gewesen. Allerdings ist dieses Treffen nie zustande gekommen. Allerdings gab es dann ein TikTok vom Neffen von Mois, der Folgendes behauptet hat. Chinos Vater hat versprochen, dass es ein Treffen gibt und er Mois dabei haben will. Beide Seiten sollten ihre Beweise bringen und Mois hatte alles dabei. Stattdessen ist Cheno gar nicht beim Treffen aufgetaucht und ruft die Polizei. Und es kommt... Sehr, sehr vertrauenswürdig. Irgendein Typ auf TikTok. Irgendein Typ auf TikTok hat das gesagt. Es muss stimmen. Große LKA-Radfähr im Hotel. Mein Onkel und Mois wurden daraufhin sofort festgenommen. Macht angeblich einer, der recht hat sowas. Der Vorwurf stand jetzt im Raum, dass Mois verhaftet worden ist, weil Cheno... Warte mal. Macht angeblich einer, der recht hat. Macht das einer, der angeblich recht hat, wäre doch richtig, oder? Angeblich einer, der recht hat sowas. Der Vorwurf... Macht angeblich einer, der recht hat sowas. Ergibt keinen Sinn. Stand jetzt im Raum, dass Mois verhaftet worden ist, weil Cheno sich nicht getraut hat, die Polizei gerufen hat, er halt festgenommen wurde und deswegen dieses Treffen, die zustande kam. Und hier gibt es so viele Lügen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Erstmal soll das also jetzt plötzlich der Neffe von Mois sein, den man vorher noch nie gesehen hat. Selbst wenn das der Sohn vom ältesten Bruder von Mois wäre, dann wäre er mit zehn Vater geworden. Absolut realistisch! Dazu sind die Videoaufnahmen. Hä? Also wirklich, man beginnt früh heutzutage, also wirklich, peinlich wär nicht. Vom angeblichen Polizeieinsatz in Hamburg, gar nicht von einem Polizeieinsatz in Hamburg, wie Just Nero schon gezeigt hat. Die Rede war vom George Hotel in Hamburg. Dort soll Mois ja während einer riesigen Razzia festgenommen worden sein. Hier haben wir die Aufnahmen vom Polizeieinsatz. Wir prägen uns die Gegend mal ganz genau. Er sagt doch, und mein Onkel, mein Onkel und Mois, ach so, okay. Ah, okay, verstehe. Dann ergibt das doch Sinn, dann hat Kuchen sich wahrscheinlich verhört. Oh, ein. Eingekreist sind dieser Stein oder was auch immer das ist, das leuchtende Schild, das weiße Schild daneben mit dem schwarzen Schriftzug und die Laterne. Hier haben wir den Ort des Einsatzes bei Tag. Wir sehen die Schilder, den Stein, die Laterne. Ebenfalls sehen wir das Blutspendezentrum neben dem Europahaus. Folgen wir dieser Straße noch ein wenig, sehen wir diese beiden Türme jetzt auch besser. Eine edgy Seite von mir wollte gerade einen dummen Witz machen. Uuuuh. Seh uuuuh. In diesen Türmen ist eine orthopädische Privatpraxis. Massenberger Straße in 44797, Bochum. Das ist ein völlig anderer Polizeieinsatz gewesen. Keine Sorge, das mit dem Witz übernehme gerne ich. Heh, must have been a woman pilot, eh? Dazu hat Attila Scheidt Zentrale ebenfalls einfach mal bei der Polizei Hamburg angefragt, was denn da los gewesen ist oder ob überhaupt was los gewesen ist. Und das war die Antwort, die er bekommen hat. Einsatzkräfte kontrollierten im Zuge dessen gegen 1940 einen Pkw, der mit vier Insassen besetzt war. Nachdem das Fahrzeug angehalten wurde, versuchte einer von ihnen zu flüchten. Auf seinem Weg warf er eine Schusswaffe weg und leistete bei seiner anschließenden Festnahme Widerstand. Der Mann, bei dem es sich um einen 25-jährigen Türken handelt, wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Von den Mitfahrenden wurden die Identitäten festgestellt. Erstmal ist Mois weder 25 noch Türke, wobei ich weiß natürlich nicht, wie er sich fühlt, nicht dass die Woken mich wieder angreifen. Die Frage, die sich mir auch so ein bisschen stellt, warum geht man zu einem klärenden Gespräch mit einer Waffe hin? Mois Management hatte ja zu der Zeit gepostet, dass Mois momentan im Knast ist und sie deswegen diese ganzen Angelegenheiten übernehmen. Aber das ist ja quasi der Beweis dafür, dass er nie im Knast gewesen ist. Und selbst wenn er im Knast war, dann hätte er ja einen Entlassungsschein bekommen. Diesen könnte man ja einfach ohne Probleme posten, das kann man sofort machen, da gibt's auch kein Gesetz dagegen oder so. Komischerweise wird das Ganze irgendwie nicht gemacht. Macht scheinbar so was jemand, der Recht hat? Mois hat doch einfach mal beim Management nachgefragt und die haben gesagt, ja, ja, also irgendwann werden wir schon alles offenlegen, das kommt schon noch. Ja, komisch, das wird irgendwie immer gesagt, aber es kommt irgendwie nie was. Die Frage, die sich auch so ein bisschen stellt, was hätte Schieno überhaupt davon, die Polizei zu rufen, damit es nicht zu diesem Treffen kommt? Also man hätte ja dann einfach irgendwann anders das Treffen gemacht. Also irgendwann wäre man sich wahrscheinlich mal über den Weg gelaufen. Das Ganze mit den Spenden ging dann einfach so hin und her, ich erspare euch das Ganze einfach mal. Irgendwann hat das Management aber gepostet, dass sie jetzt alle Belege und so weiter zusammen haben und weil das juristisch so komplex ist, konnten sie das Ganze nicht veröffentlichen. Aber morgen ändert sich das Ganze. Ja, was auch immer sich dann plötzlich morgen daran ändern soll. Gibt es da andere Gesetze oder wie soll ich das verstehen? Aber was gab es denn jetzt für einen krassen Beleg dafür, dass Mois gar keinen Spendenbetrug vollzogen hat? Die heftigen Beweise sind ein einziger Paypal-Screenshot, der... Ähm, hier mein Paypal-Konto. Ich habe gar nicht, ich habe gar nicht, ähm, ähm, hier, Paypal, ich habe nicht Spendenbetrug gemacht, gar nicht. ... zeigt, dass das am 6. Februar um 22.53 Uhr aufgenommen wurde, wo ungefähr 16.000 Euro drauf gewesen sind. Das beweist halt wirklich absolut gar nichts. Man weiß überhaupt nicht, was für ein Paypal-Konto das sein soll, wem das... Ja, ja, ein Paypal-Konto, zumindest auf einem Paypal-Konto ist dieses Geld gewesen. Zu irgendeinem Zeitpunkt. ... gehört und wie viel Geld dann wirklich nur von den Spenden reingekommen ist. Justnero konnte nämlich auch beweisen, dass es verschiedene Paypal-Konten gab, auf die Spenden gesammelt wurden. Es gibt übrigens auch irgendwie verschiedene Paypal-Adressen. Unter dem Erdbeben-Video war das Slash Mois Unsale. Unter einem anderen Video, ich nehme einfach mal das Video, nimm meine Kreditkarte und heb ab, so viel du willst. Gänsehaut. Darunter ist die Adresse Slash Unsale. Und nicht nur das. Eine Meme-Seite konnte belegen, dass Mois sein Video am gleichen Tag ungefähr zwei Stunden vorher erst hochgeladen worden ist. Das waren also die Spenden nach knapp zwei Stunden. Das heißt, dass am Ende da eventuell sogar wirklich 100.000 Euro zusammengekommen sind, ist dann eigentlich gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Also sie wollten hier beweisen, dass Mois keinen Betrug begangen hat, haben damit aber im Endeffekt genau das Gegenteil bewiesen, denn es wird am Ende ja deutlich höher als die 16.000 gewesen sein. Wo sind... Klar, nach zwei Stunden hat ja da noch fast niemand gespendet. ...sind denn diese ganzen Belege und Unterlagen, die ihr die ganze Zeit gesammelt habt. Also irgendwie kann das ja nicht nur dieser eine Screenshot sein. Dazu hat das Management ja auch vorher gepostet, dass das mit Paypal ja auch so ein bisschen kompliziert ist, weil da laufen auch noch andere Firmen drüber und so weiter und man weiß ja gar nicht, was sind jetzt wirklich Spenden und was nicht und angeblich überweist ja auch YouTube jeden Tag 1.000 bis 3.000 Euro auf dieses Paypal-Konto. Ja, das Problem ist aber, dass man sich die YouTube-Einnahmen gar nicht per Paypal auszahlen lassen kann und das wird auch nicht täglich gemacht, sondern man bekommt... Einmal monatlich, ja. Und Paypal geht auch nicht, was richtig nervig ist. ...das Geld einmal im Monat. Also macht man sich nicht vorher Gedanken, wenn man lügen möchte, dass es wenigstens halbwegs realistisch ist? Die Frage, die sich aufgrund dieser ganzen unlogischen Lügen stellt, ist natürlich, ist Mois dumm? Für alle, die das Ponyhof-Video gesehen haben. Das Management wurde aber anscheinend sowieso nur erfunden, wie auch wieder Just Nero in seinem Video beweisen konnte. Eigentlich wollte ich ja eine seriöse Anfrage an das Management stellen, was dazu halt gesagt wird, einfach bitte um Stellungnahme. Nur leider fehlt der Kontakt, abgesehen von Instagram-DM's. Der müsste angegeben sein. Wo wir gerade dabei sind, frage ich mich außerdem, wo sind die für das Management verpflichtenden Angaben gemäß § 5 TMG? Wo ist die Umsatzsteuer-ID gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz? Wer ist verantwortlich? Habt ihr keine gestellte Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeteiligung? Manche Sachen davon sollte man haben, andere wiederum muss man haben. Ab der Sekunde, wo man in einem Rahmen tätig wird, der mit geschäftlichen Aktivitäten zu tun hat, im Unternehmensregister-Hub. Ich meine, das ist legit die Aufgabe eines Managements. Das sollte schon erfüllt sein. Ich leider auch nichts zum Management gefunden. Genauso wenig haben meine Recherchen beim Patent- und Markenamt ergeben. Wahrscheinlich wurde dieses Management und auch diese Festnahme inszeniert, damit man mehr Zeit hat oder vielleicht auch das Glück, dass irgendwann einfach kein Hahn mehr danach kräht, wie der Deutsche jetzt sagen würde. Ja, es ist halt schon ziemlich doof, wenn YouTuber trotzdem immer wieder Videos dazu machen und wir endlich mal diese Belege haben wollen, oder? Kommen wir nun aber mal zur Shieno-Thematik. Da hat sich nämlich einiges getan. Denn jetzt auf einmal behauptet Mois in mehreren Videos, dass Shieno ihm ja Geld schulden würde. Die Zahl variiert aber je nachdem, wann man guckt. Es sind mal 100.000, mal 200.000. Jetzt gerade aktuell sind glaube ich 600.000. Angeblich hat Shieno nämlich mit dieser Spaghetti-Break-App einen Umsatz von 3 Millionen Euro gemacht. Hier hat Momudi auch einfach mal das Management dazu befragt, wie sie denn auf diese 3 Millionen Euro kommen. Und die Antwort war, naja, Mois und sein Onkel haben das gesagt und wir kennen uns ja auch mit der App aus und wir haben uns die Zahlen im App-Store angeguckt und haben das dann kalkuliert und für uns sind diese 3 Millionen auf jeden Fall sehr realistisch. Momudi hat dazu in seinem Video dann auch folgendes gesagt. Ende vom Lied. Shieno hat mir seine ganzen Zahlen offengelegt und ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen. Die Einnahmen lagen dabei unter 100.000 Euro. Ich kann bestimmte Dokumente jetzt nicht offenlegen, da sie sensible Daten beinhalten, aber wenn mir jemand nicht glauben möchte, obwohl ich keinen Grund habe zu lügen, hat Shieno angeboten, diese Dokumente auch anderen YouTubern wie zum Beispiel KuchenTV oder JustNero offen zu legen, die dessen Glaubwürdigkeit dann auch bestätigen werden können. Und ich hatte tatsächlich heute einen Discord-Call mit Shieno und er hat mir die ganzen Zahlen offen gelegt und er hat weit unter 100.000 Euro mit dieser App verdient. Also diese 3 Millionen Umsatz sind halt einfach komplett gelogen. Und alleine jetzt, wo ich die Zahlen... Warte mal, 3 Millionen Umsatz oder 3 Millionen Gewinn? Weil 3 Millionen Umsatz kann ja trotzdem aufgehen. Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn. ...habe. Macht es doch keinen Sinn, dass Shieno die Polizei gerufen hat, weil er hat ja die Beweise, dass das alles nicht stimmt. Warum sollte er dann nicht zu diesen Treffen kommen? Aber auch andere Sachen geben jetzt noch weniger Sinn. Shieno hat ja in seinem ersten Statement-Video gesagt, dass er Mois diesen goldenen iClip abgekauft hat. Warum sollte er aber diesen iClip abkaufen, wenn Shieno ihm sowieso Geld schuldet? Dann hätte er ihm das Geld doch sowieso einfach so geben müssen, oder nicht? Shieno hat in seinem neuen Statement dann auch einen Verlauf mit Mois gezeigt, wo der auch gesagt hat, boah, Digga, wir gehen damit ins Pfandhaus, Digga, 3000 Euro, dann erstmal Casino und dann ballern wir ordentlich. Dass Mois ihm das Ganze als Pfand gegeben hat, bestätigt er auch nochmal in seinem Video. Und da habe ich auch eine Sprachnachricht von ihm, wo er sagt, dass er das zurückkaufen will. Ja Bruder, du kannst 14 Uhr da sein und du willst. Ich habe leider zwei Milliarden Termine heute, ich werde es nicht schaffen, diesen iClip heute zu verschenken, weil ich brauche dafür irgendeinen hohen Sohn, der danach nicht redet. Ich kenne nicht einen in meinem Freundeskreis, der später, nachdem er mich zwei Jahre später kannte, nicht reden wird. Ich glaube, das ist Deepfake. Und man hört noch, dass er all seine Freunde quasi misstraut. Großartig. Deswegen Bruder, sorry. Ich habe ca. 2000 irgendwas Euro. Wenn das unnormal auf den Sack geht und deine einzige Existenz von diesem Portemonnaie abhängt, werde ich dieses Portemonnaie irgendwie zurückkriegen. Shieno konnte in dem Video übrigens nicht nur beweisen, dass er wahrscheinlich Mois kein Geld schuldet, sondern dass es genau andersrum ist. Auch da hören wir kurz rein. Digga, ich werde dir deine beschissenen 7 Euro geben. Geh mir nicht am Sack. Wollah, hadet an da, oh, Alter. Wieso sollte ich dir dein Geld nicht geben? Digga, hör auf mir zu schreiben, nachhol. Ich schicke dir dein Geld. Warum sollte Mois sagen, dass Shieno ja sein Geld bald bekommt, wenn es doch laut Mois eigentlich andersrum ist und Shieno... Ist Deepfake. Musst du verstehen. Alles Deepfake. Shieno ihm Geld schuldet. Hier kann ich mir tatsächlich höchstens vorstellen, dass Mois einfach komplett broke ist, vielleicht sogar bei seinen Leuten irgendwie Schulden hat und das Ganze jetzt umdrehen möchte im Sinne von, ja, also wenn ihr euer Geld haben wollt, der Shieno, der schuldet mir noch voll viel, der macht ihn bitte an und lasst mich in Ruhe. Das würde nämlich auch die nächsten ekelhaften Aktionen erklären. Und zwar sind Mois Leute momentan dabei, alle möglichen Leute einzuschüchtern oder auch zu bedrohen. Unter anderem wurde ja Maestro von den Leuten von Mois angeschrieben. Die haben ihm ein vorgefertigtes Statement geschickt und meinten so, ey, trag das doch einfach mal vor, das wäre mega cool von dir. Und naja, das hat er nicht gemacht. Das Statement war auch voller Lügen und man wollte damit ja nur erreichen, dass jemand, der ja eigentlich im Beef mit Mois... Hä? Voll praktisch eigentlich. Also, so Scripts vorgefertigt zu bekommen, Skripte schreiben, dauert viel Zeit. Geht ja viel schneller. Easy. Heus ist, ihm nochmal Rücken gibt, um irgendwie den Ruf zu retten. Maestro ist damit dann an die Öffentlichkeit gegangen, denn sie haben Maestro auch bedroht und meinten, hey, wir wissen, wo du wohnst, wir können auch einfach vorbeikommen. Das Ganze ist natürlich absolut ekelhaft, denn die Leute wissen, dass Maestro dort mit seiner Frau und seinem Sohn wohnt, der, glaube ich, ein Jahr alt ist. Und sowas ist natürlich absolut ekelhaft. Aber das ist auch nicht das einzige Mal, dass das passiert ist. Schieno hat nämlich auch plötzlich Nachrichten auf WhatsApp bekommen, wo jemand meinte, hey, ich komme nach Hamburg, wir treffen uns dort und dort, wir müssen mal über alles reden, das wird alles viel zu viel. Schieno hat natürlich dann auch gesagt, nein, ich kenne dich nicht mal, keine Ahnung, wer du bist, warum soll ich mich mit dir treffen? Das Gespräch ist dann so geendet, dass der Typ geschrieben hat, ich dachte, mit dir kann man reden, denn du bist ein Landsmann, aber da habe ich mich getäuscht. Gut, morgen wird jemand zu dir kommen, aber ich werde das nicht sein. Und dann wurde halt noch seine Adresse geschickt. Das Ganze... Cool. Sehr, sehr cool. Ist genau das gleiche wie bei Maestro, es ist einfach absolut ekelhaft. Ich weiß nicht, was ich großartig noch dazu sagen soll. Auch Momodi wurde versucht einzuschüchtern. Ich habe mit ihm auch darüber geschrieben, aber auch am Anfang von seinem Video hat er eingeblendet, dass die Leute gesagt haben, hey, also wenn du jetzt weiter Videos machst, dann werden wir deinen Kanal komplett backstriken. Es wird irgendwie versucht, den Ruf von Mois zu retten. Entweder dadurch, dass man falsche Statements an Leute schickt, die Leute... Aber wenn man so unehrlich ist, das kommt doch raus. Das ist doch viel zu groß, als dass man glaubt, dass man da mit Lügen noch rauskommt. ...die Videos macht, einschüchtert und einfach ansonsten versucht, gar nichts dazu zu sagen. Ja, das ist bestimmt der richtige Weg. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Mois kann offensichtlich einfach nicht das Gegenteil beweisen. Es gibt jetzt so viele Widersprüche und Lügen, die rauskommen und es werden immer mehr. Ja, wenn er die Wahrheit sagen würde, müsste er nicht andauernd lügen. Das sollte eigentlich mittlerweile jedem klar sein. Er kommt da einfach nicht mehr raus. Hier wurde Mois mal wieder komplett exposed meiner Meinung nach. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, nices Video. Gut zusammengefasst würde ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mois die Wahrheit sagt. Dafür lügt er zu viel. Also wenn er wirklich auf Seiten der Wahrheit wäre, würde es absolut keinen Sinn ergeben, dass er so viel lügt, wie er es tut. Schreibt einen Kommentar, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Reaktion wieder. Original Videos verlinkt. Wir sehen uns in der nächsten Video.